Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Grafi will gerade nicht mal mit uns spielen. Machen wir es eben. Machen wir es eben. Machen wir es los mit dem jetzt. Was willst du denn? Erkunde. Verlässt du mich erst und dann das? Also ich musste meinem Vater was erklären. Ne, glaube ich dir nicht. Doch, ist aber so. Der wollte ganz tolle Sachen von dir wissen. Ach so. Ja. Zum Beispiel. Mann, ich will dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt geht's los, Leute. Die Spannung geht weiter. Oh, jetzt hat sich mein Spielschub wieder automatisch leiser gestellt oder was? Ja, ganz toll. Okay. Oh, ich hab so gar keinen Bock den Boden zu bauen. Ist immer noch so leise. Erstmal, wenn ich in Skype mir mit einem anderen rufe, dann stellt sich automatisch irgendwelche Sounds leiser bei mir. Mein Mikro stellt sich leiser, das Spiel stellt sich leiser. Ganz toll. Skype macht echt super tolle Dinge. Das war schon voll irritiert. Aber ich hab's richtig gemerkt, dass du weg warst. Irgendwie, ich wusste es. Ich hab's gespürt. Ja, das ist klar. Wenn niemand mehr mit ihm redet. Du hast mich, glaube ich, auch irgendwas gefragt. Ne, das liegt daran, dass wir verwandt sind. Ja, stimmt. Stimmt. Und jetzt baue ich mal meinem wunderschönen Dach weiter. Das wirst du doch bestimmt später sehen, Philipp, oder? Ne, ich bin hier immer noch mit meinem Boden beschäftigt. Ja, ja, das zeige ich dir auch später. Du kannst mir auch bei meinem Boden helfen. Ja! Lass deine Arbeiten schleifen, bitte. Du kannst dich auch mal sonst noch lecken. Okay, gerne. Jetzt hast du dir was eingebrockt. Jetzt habe ich mir was eingebrockt. Wie langweilig das ist. Meins ist noch langweiliger. Jetzt glaube ich dir. Du Arsch. So, dann machen wir mal ein bisschen Terraforming. Wie in den guten alten Zeiten. Vor fünf Minuten. Das ist echt scheiße langweilig, du. Solltest du eben zuerst sagen? Ich will es gar nicht wissen. Was? Habe ich gerade mein Fenster zu? Nee, ist da unten. Alter. Bin gerade verwirrt. Ich dachte eben, ich hätte mein Fenster hier zugebaut, aber... Nee. Ist noch ganz. Beziehungsweise... Du warst. Schon wieder. Ich brauche noch mehr Cobblestone. Mehr. Du willst doch immer mehr, oder? Ich habe kaum noch was. Ach so. Ja, trotzdem. Nee, es ist nie genug. Mann, jetzt baue ich hier alles zu, ey. Aber glaub mir, Leute, es wird danach besser aussehen. Wahrscheinlich sieht es danach doch schlimmer aus. Das glaube ich sogar. Würde ich mir sogar zutrauen, aber... Wir probieren es einfach. Ja, wir leben ja jetzt eh im Untergrund, also... Kann uns das Äußere ja eh egal sein. Wir müssen uns jetzt auch nicht mehr duschen. Was? Weil ich wohne jetzt im Untergrund, da ist ja keiner. Duschen ist aber wichtig. Ja, ist eh überbewertet, ne? Kennen wir uns ja als Gamer mit aus. Ich sagte, duschen ist wichtig, du Honk. Für dich vielleicht. Ja, für mich. Das ist halt kein echter Gamer. Okay, da bin ich eben kein echter Gegner. Äh, Gegner. Auch gut. Nee, glaub ich dir nicht. Niemals. Ist das ja schon Erde. Wisst ihr, was ich suche mir jetzt doch noch ein Turtle Book ab? Ne. Doch. Wo findet man sowas? Bei Face Bin. Wow. Erzähl mir mehr. Ähm, Paste.com Boden bauen. Aha, jetzt noch Schleifung für irgendwelche Seiten. Ja, die Zeit ist cool. Achso, dann darf man das. Ah, bisher sieht das aus wie ein Riesen-Scheiß-Haufen, was ich eher gebaut habe. Entdecken Sie die Qualität von Espresso und erleben Sie Kaffeegenuss und Kompromisse. Ja? Please. Ja, das sieht schon toll aus. Oh, so nice of you, Mr... Ey, was baue ich hier gerade? Also, schnell die... Schnell die Werbung ausmachen. Ne, dass sie noch gehört wird. Ist auf irgendwelchen... ...ilitalen... Ne, bei der Seite, da kam gerade die Veluto-Werbung von George Clooney. Profi. Okay, das könnte funktionieren. Alter, keine Erde mehr. Na egal, hier ist jetzt eh ein Hohlraum. Das hier können wir sogar weggraben. Das kann weg. Hä? Braucht ihr den Code? Ne. Garantiert nicht. Äh, doch. Ich trau mich zwar nicht, aber hast du Erde für mich? Arsch. Ich weiß. Mein Gott, Erde. Ja. Ja, aber ich könnte mich jetzt sogar noch selbst abbauen. Nicht für mich. Okay, gut. Na doch, kannst du dir holen. Doch. Jetzt auf einmal. Weil du mich nicht verlieren willst. Nein, bist du behindert? Ne. Dann halt nicht. Na, kannst du dir holen. Ja, 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 ist ja gut. Äh, nee. Nee. Äh, fail. Was ist der scheiß Code davon? So, sie sucht er sich jetzt noch einen Code. Ich brauch den zum Runterladen. Ja, 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 ja. Wie ich tagelang auf meinen Aktivierungscode für mein Programm gewartet hat. Stimmt, wollte ich auch noch erzählen. Hatt ich ja acht Stunden rohe Videomaterial übrig. Was ich dann über Stunden hinweg geschnitten habe. Und, ne, komm ich jetzt hier raus. Das sind jetzt 25 Folgen insgesamt, die ich jetzt alle hochlade. Oh, ist hier dunkel. Kopieren. Da. Hoffentlich funktioniert ja. Ne. Ich denke es auch nicht. Ne. Da müsste ich nämlich nicht den Scheiß hier selber machen. Hey. So. So, placeen wir da mal hier ne Türbel. Halt. Na, der Ausgang jetzt ist auch nicht mehr so toll. Die dreht sich dann nach rechts. Sag mal, ich. Tastatur, jetzt. Die dreht sich dann nach rechts. Komm, grad mit meiner Tastatur nicht, klar. Paste, bin, get. Den Code einfügen und Boden. Boden. Schnell der. Ich kann toll schreiben. Ja. Ich kann toll schreiben. So. Gucken wir uns das mal von der Entfernung an. Ja, sieht schon so ein bisschen wie ein Scheißaufen aus. Also, die Ähnlichkeit ist... Ja, ja, doch, da. Ja, ist unverwechselbar, würde ich sagen. Turtel sagt mir das doch. Ey, gerade vor meinem Dach. Ja, ja. Ja, ja. Oh, falsch hingestellt. Wie mach ich denn das jetzt? Sag mal, Alter. Ich komm grad nicht klar mit der Tastatur, ey. Ist auch richtig gut. Boden. Wir sind fertig, was nun? Bist du behindert? So, dann auch meine Arbeiter. Ja, bist du... Schäfte sind würdig, was nun? Bist du behindert oder was? Willst du mich verarschen? Oh, geil. Hast du auch gelernt? Ah, schön. Verdammt. Verdammig. Na gut, vor dem Glas ist halt jetzt hier so ein Ding. So ein Ding halt. Kennt man ja. Ausfilmen wie... Tims Garten. Zehn Hektar voller fetter, alter, nackter Frauen. Ey, wa? Okay. Mhm. 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 Ich weiß, wo du dir jetzt deine Filme anguckst. Add more fuel to continue. Alter, willst du mich verarschen oder was? Nicht mal, hier hab ich mehr, Alter, drin. Na schön. Vollz'n Ding. Die spannende Aufnahme geht weiter. Ja, und Philipp sein, sein Arbeiter misshandelt. Ich misshandle dich. Ich hab's genau gesehen. Krass. Wisst, Chef, wir sind fertig, was nun? Und der hatte noch nicht mal was gesetzt. Scheiß Ding. Ist halt toll. Krass, bei dir ist echt alles ausgeleuchtet. Ja. Das gehört sich doch so. Nee, bei mir nicht. So. Achter, hast du Erde. Wie viel krieg ich? Alles. Nee. Okay. Nee. 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 Ich mach mir erstmal einen Überblick, wie viel Sex du hast, dann entscheide ich. Dann entscheidest du? Achso, so läuft das also. Tut mir leid, dass ich das nicht wusste. Alter, hast du viel Ju-Ju-Meta? Alter, lass die. Ich kann aus Ju-Ju-Meta übrigens Erde herstellen. Toll. Super. Nee, das lass ich echt. Nee, hast genug Erde. Okay, ich hab mir ein paar Sex genommen. Dankeschön. Alter, hättest du das aus Ju-Ju-Meta hergestellt, hätt ich dich verprügelt. Ja, toll, ja genau. Ich schnapp mir erstmal einen Ju-Ju-Meta und mach da was Erde, genau. Also, ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen. Weil mit manchen Sachen kann man doch übertreiben. Nö. Au, mein Fuß. Doch, hab ich nicht. Ich doch nicht. Ach, nee. Doch. Jawohl. Hab doch bestimmt noch irgendwo Settlings. So. Achtung, hier bauen wir. Nö. Jetzt macht er wenigstens das, was er soll. Na, jetzt auf einmal. Nachdem du noch misshandelt hast. Nee, ich hab ein anderes Programm runtergeladen. Ich kontrolliere den jetzt lieber. Arbeiter kontrollieren. Na, zumindest für eine Reihe. So läuft die Zukunft, Leute. Jetzt könnt ihr nicht mehr beim Arbeitsplatz schlafen. Euer Boss überwacht euch auch noch. Ist ja schon schwierig genug. Also, wenn man schläft am Arbeitsplatz. Oh, so schnell war die Turtel dann nicht. Okay. Okay. Na gut. Du machst wenigstens etwas. Dankeschön. Das höre ich gerne. Ich rede mit meiner Turtel. Tu einmal so, als würdest du mit mir reden. Die kann, glaube ich, auch nichts gefährliches abbauen. Das ist auch gut. Habe ich echt kein Grundzeug mehr zum Anpflanzen? Was der hell? Doch, die können meine, die können, die können meine Liquiddukte abbauen, oder? Liquiddukte. Oder? Oder? Nee, die bauen bloß meine. Oh Gott, für meine Julio Meta-Form bauen die die Kabel ab. Ein Saft. Ja, ich glaube, das machen die. Muss aber kontrollieren. Ah, Mann, ich bin ich eigentlich echt so behindert. Ich habe ein Jetpack echt nicht reingelegt. Ich bin doch echt so schlau. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ich habe gerade gedacht, ich... Wie viel Speicher hast du eigentlich übrig? Also, wie schon gesagt, die Aufnahme wird ja... Ähm, ich habe heute ja eigentlich... ...noch was gelöscht. Ist das falsch? Hä? Na. 451 Gigabyte? Ein Saft. Hä? Wie viel hast du gelöscht? Nee. Zeig dir ja bis sonst wann. Nee, das kann gar nicht sein. Glaube ich auch nicht. Check nochmal richtig nach. Meine Aufnahme ist jetzt schon 106 Gigabyte groß. Na, kommt hin. Wie lange nimmst du auf? Du nimmst bestimmt schon... 2 Stunden. Ja, 2 Stunden, genau. Etwas länger als das ist. Ich muss mal meinen Papierkoppel lernen, übrigens. Ja, das wäre nicht schlecht. Da kriegst du noch mehr Speicher. Erstmal gucken, ob das jetzt stimmt. Das würde ich auch gerne wissen. 451 Gigabyte? Nee. Das kann doch nicht sein. Doch. Nee, 302... 131 habe ich noch frei. Ach so, den zeigt sie an, den freien Speicher. Ach so, ein bisschen geht noch. Ein bisschen. Na, wüsste ich mir, wie lange das so da noch reicht. Ich werfe jetzt mal... Ich werfe gleich mal ein Ei gegen die Wand. Chef, wir sind... Das handelst du jetzt schon wieder. Verdammt! Ach, ich bin auf mein Feld drauf gelaufen. Wisst ihr was? Hühnchen! Verdammt! Ja, die Turtel macht wenigstens was. Also so schlimm ist es nie. Doch. Sehr schlimm. So, falsch. Mach ich nach hier. Hier, Fenster. Boah, das sieht ja echt scheiße aus, ey. Das kann ich aber auch echt nicht gutheißen, was ich hier gerade baue. Okay. Alter, das macht mein Handy. Bleib mal aus, du Arschloch. So. Handy hat sich automatisch aktiviert. Finde ich auch toll. Ja. Was soll denn da Gras drüber wachsen? Haha. Ha. Komm ich denn hier hoch? Höh. Komm mal, wir haben hier ein. Ah doch, hier wächst schon hoch. Ah, doch. Chef, hier bauen wir. Die nenne ich also noch Chef. Das ist doch gut, so ist ja auch mein Lieferdklaus. Das sind deine Kinderarbeiter. Ah, der macht das, was er so soll. Oder Tierarbeiter. Es nutzt da schon Tiere aus. Bestimmt. Ja. Glaube ich auch. Das geht hier gar nicht. So. Boah, wie schnell man hier Hunger kriegt, ne? Das war. Ich wollte, äh, ein Tötzparkorn. Boah, die Aufnahme geht schon wieder ein bisschen, da ist man stark verwirrt. Sind da erst, sind da erst zwei Stunden. Stimmt, hast du recht. Jetzt wird hier noch weniger. Ja, mein Gott, 15 Minuten. Naja. Das macht's. Das macht's. Das macht einen Unterschied zwischen dir und mir. Zwischen dir und mir. Dir und mir. Kann man hier nicht mal ausbleiben? Das aktiviert sich gerade die ganze Zeit von selber. Ich fühl mich richtig verarscht. Was sind bitte Stone Wafer? Ich hab keine Ahnung. Hä? Äh, jetzt kann ich eigentlich... Stone... Was ist denn das? Ich brauch mehr Samen. Boah, das kommt also raus. What the hell? Alter, hier war nie was los. Jetzt sind hier zwei Tinten, nee, drei Tintenfische. Also Squids. Und, ähm, ein Huhn. Die auf einer Stelle rumgammeln. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Boah, das ist... What the fuck? Das ist wirklich... Das ist wirklich creepy, Mann. Genau wie dein Gesicht. Hey. Nein, jetzt hab ich 54 Pressure Blades gemacht. Typisch. Sind bestimmt mal gut für eine Troll-Aktion. Nee. Versteh ich nicht. Ist klar, dass du das nicht verstehst. Hast du Cobblestone für mich? Hm, ja, ich hab da komplett voller Küste. Du darfst dich gerne, äh, bedienen. Weil ich hab eh... Ich hab viel zu viele. Ich muss das sogar in andere Kisten ausbreiten. Äh, komm mal zu mir. Ja, ja, warte mal. Da kannst du mein schönes Dach, äh, gut achten. Ja, warte gleich. Ich hab mich, ich hab mich orientiert an der Hobbit. Ich hab mich am Hobbit orientiert. Achso. Ja, wirst du gleich sehen. Achso. Ja, also, achso. Achso. Kann ich gleich mal Bohnenmien holen. Wo sind meine Törtel? Na gut. In der Zwischenzeit hol ich mal... ...mein Knochenmäher. Ich glaub, der baut bloß eine bestimmte Anzahl an Blöcken. Näh. Doch. Äh, ich wollte Knochenmäher. Hab ich sogar noch. Cool. Latest Step. Ich hab aber schon wieder Level 20. Allein durchs Abbauen. Das macht's, Leute. Wachse. 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 Ah, okay. Die merkt also, wo schon platziert ist. Das ist cool. Ja, das ist ja, wow, toll. Mal gucken, was die dann mit dem Zeug macht. Näh. Ach, ich glaube, ich kann erst mal zu dir kommen. Und siehst du mein wunderschönes Dumizier? Ich bräuchte zwei Törtels, die dasselbe machen. Jetzt willst du schon zwei Sklaven haben, oder was? Ja. Und dann kann ich genug haben. Oder vier. Und deiner wiederer Gelüster zu... Deine Bedürfnisse zu... Wie im alten Krieg. Erfüllend. Ja, das war geil. So, wo bleibst du? Ich komme. Hier. Das war ein wunderschönes Haus. Bist du behindert? Das ist aus Erde. Ja, ich habe es gerade in Erde eingebaut. Da wächst jetzt Gas drüber. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommen noch ein paar Bäume drauf. Und dann ist es eine schöne Höhle. Ich bin erst mal so ganz vorsichtig. So lang gelohnt. Bei dir leckt es aber hier. Kein bisschen. 11 FPS. 60. Was soll man hier lecken, Mann? Ich habe nicht meine Maschine. Äh, nächste Kiste wieder rum. Hallo, Stein. Bitte nehm viel mit. Mehr, mehr, mehr. Junge, nehm mindestens zwei Reihen mit. Das kannst du wieder gehen. So, dankeschön. Na, eigentlich. Weil ich habe in den anderen Kisten noch mehr davon. Deshalb. Äh, Cobblestone. Cobbl, 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 Cobbl. Hier ist Eisen. Cobbl, 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 Cobbl. Cobbl, Cobbl, Cobbl. Du hattest bis jetzt, glaube ich, die kreativste Idee. Mit deinem Haus. Du meinst, weil ich mein Dach mit. Erde zugekleistert habe, oder was? Genau. Soll es ironisch sein, oder? Wie soll ich das jetzt hier sehen? Ne, ist kreativ, ist es. Ja, auf jeden Fall. Ist besser als gar kein Dach. Aber ne, besser als mein Haus. Ja, das nicht. Aber ich baue mich ja hier in den Untergrund. Oh, mein Jetpack ist leer. Höh. Ich muss gerade mal Holzfällen gehen. Ne. Nicht heute. Ist übrigens ein schwebender Baum. Au. Ah, Mann, da hat jemand an... War ich das... Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall wurde hier ein Baum angefangen zu holzen, aber... Getting Wood. Ja. Achievement. Wow. Toll. Na, komm. Soll der Ewigkeiten sich hier durch so einen Riesenbaum zu... So, da ist noch Holz. Mein Bein ist eingeschlafen. Scheiße. Das fühlst du richtig scheiße an, ne? Ja. Ja. Richtig kacke. Na schön. Dann machen wir mal den Baum hier weg, dann verschönern wir hier mal alles. Die spawnt er jetzt. Ne, da ist immer noch Holz. Immer noch. Doch, das ist ein Scheißgefühl, Alter. Hau drauf. Hau drauf, bitte. Ist richtig schön. Ey, irgendwann... Oh, soll ich da... Irgendwann... Soll ich da draufhauen? Mach ich hier mal. Hau drauf. Soll ich da draufhauen?